Moin Moin, ich bin Kai vom Steine Kanal und heute schauen wir uns das aktuelle Lego Star Wars Magazin an. Und zwar die Ausgabe Nummer 68 vom 30. Januar 2021. Wir haben zwei Extras dabei. Zum einen haben wir hier ein Foil Pack mit einem Mandalorianer drin. Und zum anderen haben wir dann hier noch ein Ninjago Booster Pack. Die Insel dürfte jetzt glaube ich auch ganz neu sein. Im nächsten Magazin haben wir auch ein sehr cooles Extra, aber das schauen wir uns dann gleich im Anschluss einmal an. Jetzt geht es direkt um das Foil Pack des Mandalorianers. Vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen, das ist genau der Mandalorianer, den wir auch schon im Battle Pack mit der 75267 die Mandalorianer drin hatten. Nur mit dem Unterschied, dass er hier diesmal einen Blaster hat und nicht wie im Battle Pack ein Stud-Shooter. So, das sind die Teile des Inneren des Foil Packs. Wir haben auch hier wieder so ein kleines Türchen dabei mit einem Visier und so eine Art Antenne, die wir auch noch feilweise an den Helm anbringen können. So, die Minifigur ist natürlich sehr schnell aufgebaut. Ich habe mich mal für die Version mit dieser Antenne hier entschieden. Wobei ich glaube, das ist eher eine Zielvorrichtung, die wir hier herunterklappen können. Bin mir da jetzt aber nicht ganz so sicher. Ansonsten, die Prints hier auf dem Helm, Oberkörper oder auch auf dem Bein, die sind genauso wie bei der grünen Version hier, die auch beim Battle Pack mit der 75267 dabei ist. Wir können nochmal einen Blick hier auf den Rücken werfen. Wenn wir hier einfach mal den Umhang etwas hoch machen, dann sehen wir, dass wir auch den Rücken bedruckt haben. Und generell, was sehr schön ist, dass hier natürlich auch wieder generell erstmal Prints auf den Beinen sind. Wenn wir den Helm abnehmen, sehen wir, dass wie bei anderen Mandalorianer-Figuren dann einfach auch nur ein komplett schwarzer Kopf vorhanden ist. Das ist dann einfach, damit hier dann irgendwie nichts Helles bei dem Helm hier unten irgendwie drunter vorragt. Das denke ich, ist auch vollkommen in Ordnung. Für mich reicht das auf jeden Fall. Und dann natürlich hier mit einem kleinen Blaster ausgerüstet. Soweit zur Minifigur des Mandalorianers. Kleine Bemerkung noch am Rande. Da hier so rundliche Seeschlitze vorhanden sind, ist es vermutlich eine weibliche Mandalorianerin. Und bevor wir jetzt zur Vorschau des Extras der nächsten Ausgabe kommen, der Ausgabe Nummer 69, werfen wir nochmal einen kurzen Blick auf das Poster hier in der Mitte. Dann haben wir hier auf der Vorderseite einmal Bedrohung. Und auf der Rückseite haben wir dann hier einmal Hoffnung. Ansonsten ist das Heft wie üblich aufgebaut. Wir haben natürlich ein Comic drin und ein bisschen was zum Rätseln. Und in der nächsten Ausgabe, die erscheint dann am 27. Februar 2021, da haben wir dann ein tolles Extra dabei. Und zwar der mächtige Imperator Pelpertine mit Lichtschwert. Wieder eine Minifigur, das finde ich sehr schön. Denke auch, das hier wird wieder sehr begehrt sein. Die Ausgabe sollte man sich dann auf jeden Fall mindestens einmal sichern. Was sagt ihr zu den Extras, beziehungsweise über welche Minifigur freut ihr euch mehr? Über den Mandalorianer oder doch eher den Imperator? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gebt dem Video einen Daumen hoch. Ich würde mich sehr freuen. Und hinterlasst auch ein Abo und aktiviert die Glocke, damit ihr immer über die neuesten Videos informiert werdet. Und dann verbleibe ich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.